Tai Chi Yin Yang Knie beugen, Schritt mit dem rechten Fuß zur Seite, schulterbreit, in die Mitte verlagern, die Knie strecken, die Hände werden flach. Die Hände entspannen nach vorne bis in Schulterhöhe und sinken dann wieder nach unten in die Ausgangsposition. Die Hände schwingen wieder vor und sinken nach unten. Mit jedem Schwung nach vorne oder nach unten die Knie beugen und strecken. Das heißt, die Knie beugen und strecken immer, während die Hände entweder nach vorne oder nach unten kommen. Wenn die Arme nach vorne kommen, einatmen, wenn sie nach unten sinken, wieder aus. Knie beugen, strecken, Hände vor. Beugen, strecken, Hände nach unten. Beugen, strecken nach vorne. Beugen, strecken nach unten. Einatmen, ausatmen, ausatmen, nach unten. Ein und aus. Noch einmal, nach vorne, oben und nach unten. Schön, wunderbar. Liebe, strecken nach unten. Vielen Dank.